Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschroudet mit mir den Kabin. Wir werden heute eine Quest machen. Äh, logisch, wir werden mal eine Quest machen. Ich habe schon nämlich ihn angefangen. Und zwar müssen wir, warte mal, erst mal B drücken. Und zwar hier diese Rolle. Habe ich jetzt auch schon zwei Stück? Zwei? Zwei oder drei habe ich. Und die andere ist da hinten. 2000 Kilometer entfernt. Äh, 2000 Meter. Nicht Kilometer, das sind Meter-Kabin. Also sind gerade mal zwei Kilometer entfernt. Äh, das ist ja fast ein Fußmarsch. Was muss ich denn jetzt sagen? Warten Sie mal ganz kurz. Äh, ja, das ist richtig. Äh, das ist da. In diese Richtung. Warte, ich glaube, was geht, müssen wir wohl, was ich markiert habe. Weil rein theoretisch... Ach, da ist es ja. Äh, hier ist ein rotes Gebiet. Also müsste ich ja eh mal hier ruf und dann eh mal rüber. Ich muss da hin. Weil hier scheint eine Brücke oder sowas zu sein. Oh, ich mach gleich da hin, wa? Markieren. Oh, älter Nase, ist das ein Scheiß. Es fängt schon wieder an. Scheiß Nase. Warum hat ein Mensch sowas? Ups, Entschuldigung. Ich weiß, zum Atmen. Aber... Das eine wiegt doch nicht das andere auf. So. Jetzt reisen wir da hin. Ja, ich hab jetzt auch noch eine andere Sache. Macht ja hart. Äh. Da. Das Trampolin. Moment, der Metall ist ja noch voll. Okay, warten sie mal. Warten, 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 warten. Warten sie mal. Äh, Tee war das, ne? Ja, genau. Ähm. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich da hinten hin. Boah, voll in die Nebel. Das ist bestimmt ganz gut. Wenn ich da hin lande, äh, hin lande, in den Nebel, was soll da passieren? Echt jetzt? Warte mal, ich muss denn da? Ist jetzt da die Brücke, die ich da sehe? So ein bisschen lukidukid machen? Mal gucken. Ich muss erst mal da rüber, wa? Auf die anderen landen sollen. Äh, neben sollen. Alter, nein. Meine Nase. Ich weiß nie, wartet es. So, ich muss jetzt da lang. Weil das nämlich sehr, sehr luftig ist. Und das ist gerade bei mir sehr, sehr warm. Und eigentlich... Nö, die ist ja keine Hunde dran. Auch keine Ahnung. Und reicht ja schon, wenn das in der Nähe war. Boah, und jetzt ist es richtig schlimm. Jetzt muss ich mir erst mal die ganze Lage hier anschauen. Ja, bock, 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 bock. Da lang, 400 Meter in diese Richtung. Diese Schnitzeljagd. Mann, Alter, die geht schon die ganze Zeit immer so. Wie gesagt. Und der Nut ist gerade auch nicht das Schönste. Das hatte ich auch schon gesagt, wa? Hatte ich schon gesagt. Übrigens, äh, eins habe ich nicht gesagt. Erst mal Däumchen, Träumchen nicht vergessen und so. Das wird wahrscheinlich erst mal heute die letzte Folge sein. Siehst du, das wollte ich eigentlich noch sagen. Weil, wie gesagt, ähm... Wir haben jetzt ja schon eh ins Wegfesten so mal abgearbeitet. Aber irgendwie der Loot ist irgendwie noch nicht so ganz... So ganz ausgepegelt. Weil ihr kriegt immer eh nur dieselbe Sache. Ihr fühlt den Knüppel oder ein Schwert. Also Zauberstab mäßig ist schon ein bisschen Mauer. Würde ich jetzt brauchen, oder? Da hab ich gedacht, dann machen wir erst mal zwei Updates abwarten. So zwei, drei, zwei, zwölf. Also große Updates. Vor allen Dingen, wenn das hier ein bisschen ausbalanciert ist, hier mit gewissen anderen Sachen. Also was, 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 was hier jetzt? Ach so, das war der Übergang. Ach so. So, und jetzt muss ich hier hin. Da ist nämlich das Nächste. Ja, ist richtig. Hallo, Sie! Du krieg mal kurz hier rüber, weil da unten ist es ganz schön anstrengend, kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen gefährlich. Sag mal, das Feuerling ist doch... Ich müsste mal da umdenken, dass ich... Nicht umdenken, sondern... Da ist ja alles rot. Da ist ja alles rot. Ich geh kurz oben rauf. Ja. Warum hab ich denn das gemacht? Ich hatte eigentlich Stuff jetzt... Er hofft. Ey, das war umsonst? Willst du mich verarschen? Ich hab mir gerade die Gefahr ausgesetzt, hier abzuschmieren. Das findest du und will andest du, oder wat? Das ist ja mal dreckig. Naja, mag ich immer, was wir hier rauskriegen. Wie gesagt, hier hebt das noch sehr, sehr viel, aber eben halt... Irgendwie zur Zeit fühle ich das nicht. Er weiss. Vor allen Dingen, wir haben jetzt angefangen, Eisen einzuschmelzen. Dann muss ich gerne noch 20.000 Mal rennen. Ich glaube, ich habe gesehen. Wie, haben wir gesehen. Naja, wir haben ja schon ganz viel Folgen hier gemacht. So ist es ja nicht. Ein paar Sachen haben wir hier gesehen. Hier sehen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da. Bollobolo. Dann kannst du mal Sterne retten. Für meinen Voraus, merk ich. Ach, echt jetzt? Dann kannst du mal genau den vor dir nehmen. Das ist auch noch nicht so ganz korrekt. Wenn da schon eine automatische Anvisierung ist, dann sollte die auch schon funktionieren. Wenn ich der meine. Und die sollte am besten so sein, dass die eben halt denjenigen anvisiert, der vor deiner Nase steht und nicht der 12 Kilometer hinter dir steht. Äh, vor dem steht. Aber das ist nur meinunglich. So, warte mal. Da ist einer drinne. Äh, den ich so nicht looten kann. Ich muss erst eine Fassausnahme nehmen. Genau. Was ja total Sinn macht. Okay. Gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Immer noch da lang. Ich bin davon aus, dass da Mutschen drin ist oder so. Alter, der tebt das nicht. Alter, voll die. Ey, ey. Dann hast du so eine scheiß Nase, ey. Die dir immer dazwischen Vogel. Moins. Ich muss mal putze hier durch. Soll ich hier Sachen abholen? Aber hier war ich doch schon. Nee, kann ich ja noch nicht. Sonst... Hätte ich's ja schon. Da ist ne Küste. Da kriegt dann hier ne Bombe. Ja, wie gesagt. Und so ne Bomben kriegst du auch 2, 12 Stück und die brauche ich hier ja nicht mehr. Weil, wie gesagt, Alt-Vatikabel ist stärker als so ne Bombe. Was zeigt mit so ne Bombe? Sagen Sie mal, ist das hier überhaupt noch... Ich bin doch schon dran vorbei. Muss doch da hin. Ist genauso. Warum macht der jetzt hier die... Ach Mensch, Mensch. Da. Bin schon mal abgewischt. Schon mal abgewischt. Hallo. Bin abgewischt. Nee, sag ich... Äh, äh, aggressiv, Mensch. Oh, Jens. Kommen Sie alle aus Ihren Löchern oder was? Ah, siehst du? Der steht vor mir, aber er visiert den da hinten an. Was eigentlich rein theoretisch in Kampf viele Priorität haben sollte. Da sollte eigentlich immer der Loot, der vor dir steht. anpriorisiert werden. Da müssen wir noch mal ran. Hier. Das macht Sinn, da. Ist ja auch zugebuttert. Gut. Macht doch keinen Sinn. Hier unten, wie gesagt, da kann... Oh, warten Sie mal. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Wahrscheinlich muss ich da buddeln oder so. Hier zum Bleistift oder so. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja genau da, aufgefahren, wo ich kein blobs. Nee, denn doch nicht. Nö, hier ist nichts. Da ist nischt. Da drüben. Oh, das ist zu weit da drüben. Das war zu weit, äh, zu weit da drüben. Okay, von hier aus rüber gleiten. Kannst du. Doch bringt dir das nichts. Und was seht ihr jetzt nischt? Kein Schimmern, kein Leuchten, nischt. Wo ich mir denken könnte, da könnte was versteckt drin sein. Wo bin ich denn da drin? Hä? Wo ist das so? Ich wollte da drauf. Oder ist auch nischt. Das soll ich... Echt jetzt? Das soll ich hier sein? Ich grauch einfach mal hier durch. Wo das Danten sieht aber schon... Ein bisschen richtet ja aus oder so, aber das... wird ja da nie angezeigt. Oh, richtig anvisiert. Schön. Ich werde das jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Bei solcher Sachen hab ich Fragen. Muss das so sein? Okay, wir gehen jetzt hier runter. Ist das vielleicht? Nö, das ist bloß ein anderer Eingang. Na gut. Wie sieht Bescheid? Bescheid. Moment mal. Der Kabin da was entdeckt. Ich hab gedacht, ich kann was gesehen. Das ist bloß der Unterdingsbau von der Treppe. Ich hab gedacht, ich kann da was schon mal nie sehen. Äh, gut. Aber für was ist das denn jetzt? Kommst du jetzt hier ja nie so hoch. Kommst du hier... Achso. Wollte ich grad sagen. Kommst du bloß hier raus. Gut, weiter. 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 Das ist noch nicht so richtig interessant. Da zum Bleistift? Nee, da hab ich so hochgekommen. Naja, gut. So zum Bleistift. Naja, gut. Bin ich gebt halt andersrum. Ah, da ist die Kiste. Ich hab's ja gesehen. Oder beziehungsweise eh ne Kiste hab ich gesehen. Oh, seht das. Falls das das ist. Mann. Ich hasse das. Gut. Dann geh ich halt hier rüber. Ist einfacher. So. 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 So, und was war das jetzt? Ein Zauberstab mit zwei oder drei? Drei Punkte? Vier Punkte? Oh, was denn da? Da haben wir einen. 24. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Und warum entfernst du jedes Mal den Punkt, auch wenn ich da rüber laufe? Denn hast du den immer noch da zu lassen. Es sei ich sage, ey, mach weg. Ja, Utschi. Utschi Mimi. Ich bin tot. Und? Ah, Bomben. Ich bin. Yippie, jay, jay. Spitze Bomben. Krasse Bomben. Ich bin gesagt, das soll hier sein. Und warum verschwindest du schon wieder? Ah ne, das ist bloß... Na, warte mal. Hier? Da ist nichts. Da ist doch nichts. Oder unter uns? Ich weiß... So, vielleicht da drinnen und dann da unter uns. Irgendwie so. Das beginnt mich schon wieder in der Phase, wo ich nicht sehe, was ich machen soll. Nicht wirklich. Warte mal hier. Nee, auch nicht. Spiel, was willst du von mir? Da ist nirgendswo... Da lacht doch nirgendswo Notenblatt. Hier wird's nicht, was geleuchtet hat. Das sind Bücher, aber keine Notenblätter. Benote dich auch gleich. Du bist Kacke. Ist die vielleicht drinnen? Es muss ja nicht zu 100% da sein, wo es angezeigt wird. Ja, das macht Sinn. Hallo? Hallo? Haben Sie ein Blatt der Note? Vielleicht hier oben drinnen. Da ist es. Hab's. Nötig. Ich schwimme, aber... Ey, was soll ich denn? Und dann bin ich ja mal gespannt, was ich denn für eine Überraschung kriege. Überraschung! Ich muss noch drei so eine Teile finden. Ey, holy shit. Das hier? Mitten in der Suppe? Naja, gut. Wenn ich rüber gleite, hab ich schnell hinter mir. Und wie gesagt, und das zieht sich wie ein Fahnen. Wie ein Kau. Hier hoch, gleite runter. Hier hoch, gleite runter. Gisana. Gisana, äh, wie gesagt, Naro brauchst du nicht. Außer, um dich zu Waffen. Trinken brauchst du auch nicht. Dann baust du noch ein bisschen wat. Da fehlt noch irgendwie das. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das kleine gewisse etwas fehlt mir. Vor allen Dingen, äh, der Loot. Dass der ein bisschen mehr, hier so, mehr balanciert ist. Das fehlt mir sehr, sehr, sehr. Weil bis jetzt ist das ja für mich alles so. Kannste machen, musste aber nicht. Du hast jetzt ja die ganzen, die neuen Questen, die sie eingefügt haben. Davon haben wir zwei Stück bis jetzt. Die werden wahrscheinlich weiter oben sind. So, jetzt spring ich hier runter und dann weiß ich nicht, was da unten ist. Naja, runter in der Suppe. Hinein mit ihnen. Ja, nee, ist klar. Schweinjahrt. Oh, da ist ein Blümchen. Ah, Blämschen. Lauter. So, dann haben wir da noch wat. Da haben wir die. Bitte, ich hätte meine Waffen vorher reparieren sollen. Hätte man machen können. Und jetzt... Ich wusste es. Bei den letzten, du, alles, was ihr schafft, zack, bumm, ist jetzt der Lester 1-Spawn. Willst du mich verarschen? Ehrliche meinte Frage. Der muss doch vorher spawnen und nicht, wenn alle platt sind. Dit is doch nicht logisch. Warte mal, die jetzt platt machen hier. Die, die hier spawnen, kommen hier. Und wenn, dann wird mir auch real. Linial. Linial. Total. Egal. So, warte mal. Nee, das ist verkehrt. Aber ich kann ja auch hier hoch. Nee, kannst du nicht. Dann liegt wieder... Moment, Moment, Moment. Ah, siehste. Ist wieder so eine Sache. Muss ich denn... Brauche ich denn... Ja, brauchst du aber jetzt... in diesem Moment. Da lang. Ah, jetzt sagt da lang. Bitte benote mich. Nee, kann ich jetzt nicht. Ah, siehste, der fliegt gegen mir, ist tot. Richtig so. Wollen wir mal da lang? Richtig jetzt? Ach, da unten. Nee, ist das doch nicht. Gut, das haben wir jetzt auch schon zum zwölften Mal. Äh, Standort oben. Ja, gut. Ah, warte mal. Erstmal sind wir Standort Nase. Das könnte da sein. Gerade bei mir. Jetzt erst mal will er den Weg nach oben finden. Natürlich. Prost, Mahlzeit. Gut beschrieben, ne? Geh mal hier durch. Geh mal hier durch. Was ist mit meiner Pist? Oh, ihr Wald. Und jetzt ist natürlich... Oh, Alter, ich hab jetzt gerade... Du scheiß Wurm, du. Ist das denn da? Ich glaube, das könnte es so ja sein. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Nö, das war bloß die Axt. Oh, hier. Oh, Entschuldigung. Ähm... Standort oben. Jetzt bin ich wieder unten. Oh, ist kaputt. Anja! Jetzt hab ich's. So, juhu. Nochmals wir. Uff, die Karte zeigen. Wo denn? Wo denn? Weg doch. Hä? Ach nee, jetzt muss ich da hin. Ah, äh... Ach so. So, ich kann ja nicht schnell reisen. Von hier aus. Warten's mal. Wo war denn das mit dem... ...Lämmischen? Wo hab ich denn das... ...Latt gemacht? Weil da ist ja alles wieder schnitten. Echt mal? Wo hab ich denn das jetzt ja gemacht? Weinten? Nee, nicht wirklich. Okay, mir einfach die Flamme. Äh, die... ...die Wurzel da, wo sie war. Wie ist der? Führe mich zur Wurzel. Damit ich wieder teleportiert werden kann. Endlich taucht doch mal auf, wenn ich einen Brauche. Wieder mal nicht. Oh, ich warte mal da drüben. Nö. Na doch, ihn, er ist da. Aber sonst, die ganze Arbeit ist gemacht. Er setzt sich schon wieder ins gemachte Nest. Oh, jetzt. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier durch. Ich suche... ...den wir dick gemacht hab. Ja, das sieht danach aus. Ja. Hab's gefunden. So, jetzt sind wir da hin. Wie er sagt er und so, geht das schon die ganze Zeit. So, ich bin jetzt da und ich muss jetzt da rüber. Da. Da muss ich jetzt hin, oder? Oh mein Gott. Ja, da wird ja da angezeigt. Das ist... ...da unten. Ops. Schon passiert nicht, du stehst nie im Pass. Ich war da natürlich nicht anvisiert. Ich gebe das auf. Das ist... ...eigene Logik ist da. So, das letzte. Das ist da hinten. Ah, toll. Über der halbe Map. Äh, Map. Jut, ich kann ja noch fliehen. Ja, wie gesagt. Da ist noch viele, viele... ...schliffi zu machen. Schleifi, schleifi. Aber wie ihr sagtet, äh... ...ist schon... ...da ist schon was drinne. Im Spiel. Steht da? Da lang, ne? Ja. Die nun da in der Suppe... ...ist nicht so gut gewesen, ne? Ausdauertechnischerweise. Ich beende mal den Flug. Nur um ein bisschen Luft zu kriegen. Für die weitere Reise. Ich frage mich jetzt gar nicht, ob wir da unten so gut aussehen tut wird. Äh, YouTube für uns aussehen wird. Ah, bis jetzt sehe ich da... ...noch kein Tod. Also gleich. Flum. Das hatte ich schon. Offline. Das sah auch so gut aus. Und dann bin ich da drin geglitten. Und dann war blöd gewesen. Doin. So, hier? Ne, hier ist es nicht. Das ist es nicht. Oh, ich kann hier schon mal wieder hoch. Nein, stehe ich hoch. Aber wieder hoch mit dir. Bitte. Ach so, ich brauche ja so oder so noch nicht auf Tanken. Nein, ich glaube, ich muss hier durch. Ja. Nee. Das war so klar. Jetzt muss ich nämlich da oben hin. Ey, das... Hallo. Ey, du, ich habe keine Zeit. Erstmal ist mein Werkzeug schon fast... ...Äh, Fritte. Und ich muss hier... ...muss hier nach oben kommen. Wie hieß der? Du, ich weiß noch nicht wie. Ja, und das ist das nächste Ding. Also manchmal ist es schwierig hier... ...für mich den Weg zu finden. Für mich. Ich muss noch höher. Liegt mir gleich hier hoch. Wenn ich kann. Wenn ich darf spiele. Darf ich? Darf ich mir meinen eigenen Weg suchen? Ja, wenn du Ausdauer hast. Ehe auch nicht. Warte mal, kriegst du noch eine Karotte. Äh, äh... Äh... Nicht irgendwo was er im Neujahr hat? Warte ich dir zu Hause aussortiert? Kann sein, wa? Eher halt. Ist das halb so wild? Oder vielleicht doch nicht so wild. Äh, vielleicht doch so wild. Ich habe ja eigentlich... Ich habe ja nur die Picke. Da hoch? Ist das möglich? Wahrscheinlich schon. Das muss ich im Teil den richtigen Pfad finden. Das ist ja schon mal nicht. Wohl. Das sei nicht so schnell auf jedem, ne? Oh, ich kann nicht schweben. Das ist nicht so gut. Dann warte ich mal, ne? Lieber ein paar Sekunden. Oder ich mache mir die Plattform ein bisschen mehr... Plattformig, wisst ihr? Warte ich auch da so... Genau so. Achso, hier steht aber auch... Okay, an der Seite vorbeilufe. Ist der Fall nicht so tief, wisst ihr? Nee. Ich bin oben. Huhu. So, jetzt muss ich ver... Da drüben, warte. Wo sie kriegen. Nein, gut. Dann geht mal da rüber. Bleib mal da oben da. Du musst dich jetzt nicht einmischen. Das ist doch keine Hülle. Das sah von hinten aus wie eine Hülle. Ja, wie ihr sagt, wir sind ja eh hier noch ganz, ganz anfang. Wir haben jetzt erst neue Biomen dazu gekriegt. Und kommen ja noch welche dazu. Und ich loge, wenn alles erst steht, dann werden sie sich hier an der Balance... An der Balance herantrauen. Ja. Die ganze Sache ausbalancieren. Genau, das ist so, was ich sagen wollte. Wie ihr sagt, du kannst hier erkunden, du kannst hier bauen. Alles schön und gut. Wie ihr sagt. Bin gespannt, was da jetzt die nächste... Kommt wahrscheinlich das Schneebium, oder? Was sagt ihr? Ich würde sagen, das Schneebium ist das nächste. Oder Tropen. Tropen, das kann auch noch Sinn. Aber ich würde eher sagen, das Schneebium, weil es ist ja schon da. Gut. Das andere war auch noch nie da. Und jetzt ist es da. Oh, wir sind ja schon mal welche gewesen. Also, ich muss diesmal bloß mal oben. Oh, wir sind ja schon mal oben. Position erreicht. Bin ich mir nicht so sicher. Sehe ich jetzt nicht so. Vielleicht im Gebäude. Oder vielleicht da drüben. Aber hier bin ich ja schon mal lang gelaufen. Oh, ich geh mal hier. Das sieht ja ein schön questmäßig aus. Ja, gut. Gut. Okay, es ist da. Ist aber ne Falt schon. Gut, aber hier hast du ja auch dieser. Schatz mal, hier seid ihr auch irgendwo da unten drin versteckt. Nase, bitte jetzt nicht. Ah. Das war nicht gut. Jetzt hab ich mich in der Nase gekratzt. Boah. Hallo. wenn ich gar nicht sagen vielleicht ist ja da war drinnen aber der globi käme auch nicht und ich sollte aufhören zu glauben war ach nee das ist eine rolle ich bin ja vorher von rolle wir haben nach 20.000 folgen eine verbesserung in waffenform eine waffe die wir nie nutzen aber ist auch nicht so schlimm ich bin ja kampf mag ja wie gesagt erst mal hier die ganzen die stand dort oben da oben ist doch nichts ja oft mit da oben hat jetzt so jetzt ja da haben sie sich gerade um die fresse gestritten oder wat ach nee der wurde von die käferplatte macht und für einen loser ja doch ich bin doch schon auf dem weg nach oben hätte man das aber auch da drüben er sagt so viel wenn der tag lang ist jetzt kann sagen das ist ja selbe raum da oben vielleicht ach so da war ich doch ach ich verstehe da war ich doch gewesen so viel ist er hier ringsherum nicht aber jetzt zeigt er mir da an echt jetzt ich hab nie gesehen wer etwa aber jetzt ist er gleich wieder runter hab sie ich wollte erst da hoch aber hab ich mir anders überlegt überlegt so wartet jetzt hier wesen muss ich jetzt noch was machen da ist sauerstab gut das machen wir doch weil ich will wissen was hier der ist jetzt hier oder wat echt jetzt hau doch mal da ist der zauberstab oder hier ich bin jetzt gerade verwirrt ja das ist richtig das heißt er ist bloß 59 meter entfernt und er könnte so ja wat tutet sein weil wie gesagt wir sind ja hier im einen gewissen gebiet da da schieben wir uns noch hin dann auch da unten ach ja hier unten jetzt ist die frage wie komme ich da runter meistens im keller war die frage jetzt muss ich erstmal den keller finden da ist ein keller hm ich glaube nicht dass im eingang gesagt hätte trotzdem mal wegfriesen alter du siehst mal so jans maximale harnisch ja da wird dann die drinnen wenn wir sein bitte wird hier sind wir dann doch nicht richtig ich hätte gedacht ich habe es gefunden was hätte ich mir denn da gedacht haben außerdem jetzt hechtet ja hier an hier irgendwie hier unten na gut genau da unten das war ja einfach muss ich bloß noch hier rauskomme aber erstmal muss ich mir das ankicken was das für ihn ist 90er schaden nehmen wir erstmal hier um zu gucken ob das ein kleiner ist das ist ein großer das ist ein hammer das ist kein zauberstab das ist ein hammer ich wurde ein äh reingelegt nee ist nicht dein ernst ey wenn ich was nicht haben will dann ist es ein hammer das hätte ich schon ein oder zwei mal gesagt haben was soll ich denn mit so einem rotz das ist ein hammer und vor allem wie soll ich denn hier jetzt wieder rauskommen und vor allem wie soll ich denn hier jetzt wieder rauskommen was ist denn das wieder für ein ne hier ist ein ausgang hier nicht meckern kabin das war panisch herumspringen weil ich sie sie auch bitte ganz normale sind da noch einer keine panik wer ist das kenne ich nicht ach so da hast du schon platt gemacht das hätte ich nun platt gemacht jetzt bin ich draußen aber noch nicht draußen jetzt bin ich draußen tja ich sag mal so ich hab gedacht ich krieg zum schluss nochmal schön ne zauberwaffe aber noch nicht mal das ist mir gegönnt geh jetzt nach hause quark mit der alten knall dir das vor den latz und bin sauer ja gut wie gesagt da ist noch feinschliff nötig so da bin ich will mensch hätte ich ja fast ich wollte jetzt gerade schon abmoderieren allzufertig und äh beinahe vergessen warum wir die jetzt fertig unterwegs waren aber ich muss nur hier runter und dann da rüber 300 meter ist ja um die ecke alter ich brauche ne pause alter erstens meine puppe es glüht aber wie gesagt ich bin schon eins wie sie könnte ihn ja in den ofen nehmen sehr unangenehm ist schon nicht mehr wie ich sitzen soll ja und wie gesagt ich kann nicht mehr es ist warm wo sieht der jetzt lang da lang ja ja oh ich glaube ich habe es hier von rin in den nachs kann ich hier drauf landen ja kannst du wenn du es schaffen würdest jetzt geht wieder hoch dann will ich da hoch kommt mir bekannt vor irgendwie waren wir schon warte mal ich muss jetzt wieder hier hin könnt euch mal entscheiden jetzt muss ich wieder zurück oder was willst du mich verarschen da lang da lang hä ne ne ist mir jetzt eher da jetzt rüber wegfliege da rüber ist mir eher ich bin zu erschöpft für so'n scheiß so wollen wir jetzt da rin alle töten ich bräuchte mal ernst trinken irgendwas zum reparieren wagen jetzt reicht es mir ich haue die Locken aus dem Frosch du handelst du Teilzeug nach oben auf die Luke ok sauber jetzt muss ich da oben hin gelobig wird wahrscheinlich nicht so ja nochmal ganz zum rück ach das ist doch mit mir hat man es aber auch nicht einfach nochmal zurück und da äh denn doch nicht ich hätte jetzt gedacht dass das der Weg ist ah ich hab den Weg hier drin ach ne ist jetzt schon wieder so ein Romrennweg oder was oder wie das dauert mir zu lange ich bin ein Kampfmagier ich bin ein Kampfmagier boi jens darf ich mal hier durch ich gehe sowieso Kampfmagier aber ich bin besser nicht wegrennen Alter, mein Zauberstab ist bald kaputt. Genauso wie mein Arsch. Der ist voll im Arsch. Ich muss noch weiter nach oben. Da, Siggi. Auf jeden Fall kommt ein kleiner Windraub bei mir gerade drin. Oh, da ist er. Da sind die Pfeile. Da sind sie. Leck, komm, mio. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich gehe jetzt hoch nach Hause. Ich gehe jetzt hoch nach Hause. So, Leute. So, das war noch mal die letzte Stunde in Entschrouded. Ich sage mal so, wie ihr sagt, es macht schon Spaß, aber wie ihr sagt, ich möchte auch mal so, ja, ja, anderen Stuff haben und so, wisst ihr? Und hier, ihr sagtet, was ich die letzte Zeit gefunden habe. Vielleicht habe ich andere nach falschen Stellen hier so, oder so, ist mir egal. Es sollte ja auch bloß erstmal so Rindschnuppern mäßig und daraus ist ein bisschen mehr mehr. Entschuldigung. Ein wenig mehr geworden. Ich werde jetzt noch ein bisschen abwarten. Und wer weiß, vielleicht geht man nochmal ein halbes Jahr oder so. Oder nächstes Jahr nochmal kurz hier hin. Bis dahin wird doch noch Stuff hier drin sein, oder? Würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn das manchmal schwierig war, aber naja, so ist es nun mal, wa? Ich bin raus. Tschö.